Am Rande einer Demonstration gegen die Rentenreform in Frankreich ist der Großneffe von Brigitte Macron verprügelt worden. Der Angriff war mutmaßlich politisch motiviert. Die französische Premier Dame zeigt sich empört über die, so wörtlich, Feigheit, Dummheit und Gewalt der Täter. Die Polizei nahm nach dem Vorfall acht Verdächtige fest. Macrons Verwandter, der 30-jährige Jean-Baptiste Trounieu, war in der Stadt Amiens von Regierungsgegnern vor einem der Schokoladengeschäfte seines Vaters geschlagen worden. Dieser berichtet, dass seine Läden seit einiger Zeit zum Ziel von Macron-Gegnern geworden seien. Sie hätten Rauchfackeln gezündet und Fenster eingeworfen. Nun kam es zu massiver körperlicher Gewalt. Einer, der aggressiver war als die anderen, hat sich meinem Sohn genähert und ihm eine Rechte in den Kiefer verpasst. Dann haben die zehn anderen auf ihn eingeprügelt. Die Schläge kamen von überall her, er hat vier oder fünf Haken abbekommen, er hat eine oder zwei gebrochene Rippen, er hat drei verstauchte Finger, eine Schürfwunde an der Hand. Ein richtiges Massaker. Er wurde angegriffen, weil er unser Großneffe ist. Ich hatte mehrfach Gelegenheit, es zu sagen und zu wiederholen, dass Gewalt keinen Platz in unserer Demokratie hat, insbesondere nicht in unserer. Es ist natürlich Sache der Justiz, darüber zu entscheiden. Als Onkel halte ich diese Aktionen für inakzeptabel und als Präsident der Republik für unsäglich. Die von Macron durchgesetzte Reform des Rentensystems in Frankreich beinhaltet unter anderem eine Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre. Das Gesetz sorgt in Frankreich seit Monaten für Proteste. Mehr als zwei Drittel der Franzosen lehnen die Rentenreform ab.